Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hier war brav und hat sich nicht an der Revolte beteiligt. Mal schauen, wie lange er da überlebt. Unser Freund hier wird viel Spaß in der Kolonie haben. Hast du davon gehört, was unsere Leute bei der letzten Erzübergabe erfahren haben? Nee. Was denn? Irgendein Hohes Tier aus diesem alten Lager soll versucht haben, einen Typ aus dem neuen Lager umzubringen und jetzt herrscht da richtig böses Blut. Pah, altes Lager, neues Lager. Jemand sollte den Typen in der Barriere mal wieder klar machen, wer sie überhaupt sind. Nämlich Bundler. Nichts weiter. Darüber können wir später weiterreden. Dreh dich um, Gefangener! Und zwar schön langsam. Vergessen ist nicht vergangen.